Seas! Komm an! Zurück bei... Pokémon Stadium! So, du darfst auswählen. Ja, ich nehme... Warte, guck mir mal... Gengar. Das hier und... Elektrik. Okay. Warte kurz einen Moment. Okay. Okay. Ja. So, jetzt geht's wieder... Oh! 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 Ah! Das ist zu böse. Kimen. Kimen. Ah, Kimen. Ah, Kimen. Ah, nein, Kimen. Konter. Damit kontert er deine Attacke. Ja, wenn du keine gemacht hast. Du darfst ruhig auswählen. Ja, schlägt. Okay, jetzt. Was soll ich nehmen? Ich weiß nicht. Ich nehme einfach das hier. Ja, und paralysiert. Perfekt. Es kommt dort. Hier die Antwort! Leid an dich! Hier die Antwort! Du entblickst. Gleich noch mal. Jungbutter. Noob. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Ja. Pipi. Pipi. Ja, das heißt ja wirklich Pipi. Ja, offenbar gehört es umgekehrt. Ja, ich will. Ja. Ja, bringt sich viel, oder? Ja. Das hat nicht abgeschlossen. Das hat nicht geschlagen. Das gibt es doch nicht! Nein, das ist wirklich böse. Ja. Oh Gott. Oh. Schau. Nochmal Hypnose und dein Traumfresser. Dann bekommst du Energie. Ja, das will ich ja. Ja. Wenn es eigentlich mal treffen würde. Was ist das? Ja, na, das ist wirklich unfair. Ein knackvoller Angriff. Ja. Ja, ein Greifer. Einmal geht's noch. Einmal geht's noch. Einmal geht's noch. Einmal geht's noch weit. Komm, jetzt, jetzt. Griff, bitte. Das ist aber jetzt wirklich unfair, oder? Ach. Du Schwein. Psywele. Eine Chance haben wir noch. Wenn's jetzt nicht geht, dann ist das Spiel einfach nur unfair. Okay. Alle glauben wir uns. Hebt die Hände. Gebt uns Kraft. Alle Abonnenten. Ich guck zu viel wegen, was ich. Wenn's jetzt nicht geht, dann schlag ich das Spiel. Dann schlag ich das Spiel. Das, das ist unfair. Das hätte, das hätte mindestens einmal treffen müssen. Ha, jetzt treffen wir aber. Das war ein Zeichen. Ja. Dass man fünfmal trifft, alles, jedesmal daneben geht. Ich glaub's jetzt wirklich nicht mehr. Ah. Das ist richtig. Nein, das ist unlogisch. Ich hätte von Anfang an Donutics nicht gewonnen. Ja, dann hätten wir schon gewonnen. Ja. Das Spiel, nein, das ist aber wirklich unfair. Wie die Griecher. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Was soll ich nehmen? Elektrik. Enteron. Ich nehm Elektrik. Mach das. Oh, ja, genau. Du musst eine Taste drücken, das geht noch nicht mit Telepathie. Ich hab die Fresse. Mit Telepathie kann man nicht auswählen. Es zieht so viel Energie ab, wie hoch dein Level ist. Also hoch. Also 50. 50. Was, das zieht 50 IP ab? Kappi. Es zieht so viel ab, wie hoch dein Level ist. Also 50 Kappi. Ja. Alter, das ist ja voll schon. Das sind wir nur, wenn es nur noch 15. 50 Kappi. Donnerschlag. Donnerschlag. Ich schlag dich gleich. Mit einem Donner! Ja, es liegt gerade, ich sehe nicht, in welche Richtung das Donnerschlag ist. Nach oben. Aber nach oben nicht. Ja. Was passiert jetzt? Ja, ein... Ja, das zieht schon wieder ab. Jetzt zieht es geüber, wenn es gehe sich genau aus. Ernsthaft? Alter. Was geht ab? Ist das das Buch? Wo? Wo kann man schwul oder was? Mhm. Sie schenken mich wirklich nicht. Oh mein Gott. Er schütternder Geo. Ah. Der Geologis. Schade. Es geht doch zu schön. Ah. Uh. Jetzt ein Donnerschlag und das war's. Okay, also viel gut. Donnerschlag ist nach oben. Ja. Ja. Ja, Dr. Coop. Was? Wer hat das gesagt? 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 Unglaublich! Mit einem Schlag für Sie! hadden wir heute? Ich bin still da mit einem Schlag für Sie! Sagen wir mal auf! Ja. Juhu! Komm an, Blut. Oh mein Gott wer hat mit dem Schlag für Sie! Er fängt an. Du musst lachen. Aha, das wird einfach. Sie hat nur Wasser. Also das erste, wir nehmen mir Gengar mit Donnerblitz. Also nimmst du nur Flasche? Nein, Gengar mit Donnerblitz, Reitschuh mit Donner und Elektrik mit Donnerschlag. Oh Gott. Oh Gott. Ochen. Mist auch nicht. Oh 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 oh. Tschüss. Bye bye. Ja voll mit dem Kopf dran. Selbstmann. Welch furioser Blitzstart. Bist du noch da? Ja. Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Donnerblitz! Donnerwelle? Ja, was? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Dominik, was ist denn? Volltreffer! Komm schon, eins noch, dann haben wir keinen einzigen Schaden bekommen. Auf der Reservebank werden immer weniger. Kling frei für Joron. Der aktuelle Stand ist frei gegen ein Pokémon. Der Kampf ist nun sehr einfach. Nein, jetzt bekomme ich doch noch Schaden. Friesen. 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 Ein guter Treffer! Jetzt bin ich paralysiert, oder? Nein. Friesen. 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 Es hat überlebt. Ein färrer Santa-Tab. Wie das krepierend schreit. Friesen. Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Friesen. Friesen. Ja, ein Fatschleifer! Ein färrer Treffer! Ein färrer Treffer! Ein färrer Treffer! Und das war's! Wir haben nur Gänger gebraucht. Yeah! Passt aber! Du Cheater! Du Cheater! Er Cheater! Leuchte! Er Cheater! Allerdings! Er Cheater! So, jetzt kommt der dritte. Der ist aber gefährlich. Wieso wirklich? Ich bin auch gefährlich. Das musst du am besten wissen. Wirklich! Denn Major Bob hat ein Reitschuh, das Surfer kann. Major Bob! Bitte erhören! Major Bob! Ich bin geschissen, das war mit Major Bob! Suchen wir uns gleich was! Er Donner, also! Wissen wir, was ist gegen Donner? Was? Wasser! Nein, Wasser ist dicht, sehr objektiv auf Donner! Was sonst? Friesen. Was sagt? Ja, Stein! Erde! Aber ich hängel mich! Boden! Aber ich hängel mich! Nicht Stern, Boden meine ich! Stern! Schöne du doch! Ah, ey! Ich dachte, du schickst! Ja, wie? Hast du denn noch was mit? Oder hast du es nicht? Ja! Wir müssen gut aufpassen! So, tut auf 3! Ja! Ähm... 2... 10... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 2... 1... 1... 2... 2... Was g��et ihr mal? Boah, es gibt viel! 2... 2... 2... 1... 9... 2... 1... 5.... Es kann Erdbeben und Horn bauern, das wird sehr gut sein. Hör auf, mit der Maus herumzufahren. Gut. Okay, das war's für diesen Part. Also, tschau! Kann! Essen. Gut.